abgenommen leute wir zocken wieder gda und zwar mit ein paar geilen gamern mit zusammen wenn du raus aber gibt es mal so ein ding war mal gesagt mit eigenstrecke gar kein auto stirbt ich war nicht Es war aber keine gute Idee, über die drüber zu springen, Shigo. Pass auf, die Beple, sie hier nicht wieder hingucken. Bis ich zerstört werde. Boah, dann kriege ich einen Nappy-Anfall, wenn ich das sehe. Das ist nichts in meinem Alter. Oh, Duli! ITEMS! Das war nicht, das ging nicht feuer. ITEMS, du Monster! Wer den Schirm aufmacht... So viel zu ein Rennen ohne Rappen. Das gibt's. ITEMS ist doch immer am Ramm, ey. Ich bin nicht am Ramm! Nils hat es geschafft, ne? Ja, ich hab den extra spät gemacht. Ich bin extra, ich bin auch nach links abgewogen. Hallo, du mieser Verräter! Du hast doch nicht ausgehauen. Nein! Jetzt darf ich nicht mal... ITEMS! 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 Ich krieg dich! ITEMS! Ja, ja. Und Nils hat dich dann aufgehauen. Was? Ja! Ja! Was soll denn das? Ey, bremst der! Das gibt's doch gar nicht! Und jetzt landet ihr aufeinander! Oh! 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 Der Flocke-Effekt, das ist das Problem, aber das ist das Problem, wenn der Kurve immer huft. Oh nein. Ja, ja, das Problem habe ich auch. Das war ein Einschlagsversuch, jetzt sind wir später. Wow, wow, wow. Ach, scheiße. Wann war das? Jetzt. Die haben wir noch gedreht. Bart, nein, das wusste ich nicht. Wie, das wusstest du nicht? Ach, da stimmt. Holy shit, wer ist da so weit gesprungen? Was ist das denn gemacht? Ach, da stimmt aber wieder die Stelle, Dado weiß, dass ihr im Haus wendt. Ich habe es auch geschafft, aber so weit wie Dado bin ich nicht geflogen. Ich wusste nicht, dass es da war. Ich habe es auch vergessen. Ich bin trotzdem vorne. Hä, wo ist es? Diego, ich versuche rechts zu bleiben. Ja. Ist es Point Point? Nein, 2 Runde. Sind wir quitt oder soll ich nicht weiter? Ja, okay, lass mal jetzt. Ah, Lusch. Moment. Ja, ja. Ja. Ich wurde aber geschubst, dafür konnte ich nichts. Nein, ich gehe jetzt gerade vom Kunden ran. Okay. Oh, ich bin noch durchgekommen ins Checkpoint. Okay, ich auch. Ich muss auch noch, oh Gott, einmal drehen in der Luft. Scheiße. Ich muss auch mal direkt zünden. Da fällt einer hinter uns. Guck mal, Maru, ich mache erst jetzt auch. Bin ich gütig? Oh, ja, danke dir. Danke. Voll reiß. Mein Auto hat Köln. Achtung, der D-Lane da vorne pippelt sich's töten. Nein, ich will nicht ganz nur ran kommen. Nimm da gerade seine Brüder aus, oder? Ha, Spiegel 1. Sie baut nebenbei um. Diego, fertig. Kein Problem. Es gibt keinen Witz. Danke schön. Hä, was denn? Oh, nix. Oh, nix. Du bist mit einer Schränke auseinander. Ja. Ich hör das nicht. Ich hab das jetzt ja drauf. Hallo, E-Beans-Einschrank. Das ist das nächste Product Placement drin für Ikea. Joris, was machst du da? Oh, Shidoshi. Komm, 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 komm. Oh, nein, nicht den Pain schubsen, nicht den Pain schubsen. Oh, Mann. Oh, nein, nicht den Pain schubsen. Oh, nein, nicht den Pain schubsen. Ja, ich bin drin. Also. Mann, komm, komm. Jetzt überholst du mich eh. Du bleib die Dreckskarre auf dem Dach liegen. Du musst mich aber anschieben. Du musst mir schon helfen. Hey, ich hab'n Dati eingeholt gleich. Hilf mir doch. Oh Gott, ich hab'n Dati. Komm mir doch hoch. Danke. Danke. Ich bin doch beim Dati. Nein, 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 nein. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Hallo. Ihr nehm einen Winschatten, Nils. Oh, wir haben Nils erreicht. Oh Gott. Wie war das Nils weit hinten da drin? Was? Das ist jetzt das Runde 2 im Loch? Maros, spring mal. Ich hab dich angeschoben. Maros, super. Oh, das war krass. Nein. Oh, oh, das war doof. Grundrad zieht rüber. Grundrad zieht rüber. Hallo. Na? Was ist hier los? Glocke, ich kann nicht ausweichen. Stopp. Na, mein Gaspedal ist hier nicht ordentlich. Du hast links und rechts 100 Meter Platz. Wie viel Platz brauchst du? Die ganzen Platz. Wer ist das denn? Hä? Ja. Da liegt wer im Tunnel. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Kommt hier links rein und nicht sein. Oh, 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 oh. Mein Gaspedal geht nicht mehr. Na, 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 na. Du hast mich am Anfang rausgeschmissen, du Pleppo. Hör euch immer. Doch, du hast mich rausgeschmissen. Er hat nichts rausgewichen. Ich bin bei Juli drauf. Oh, Juli. Oh, Juli. Hast du noch einen Checkpoint, Juli? Glocke. Glocke. Hier, nimm das, nimm das. Hast du mich vor den Absprung, hast du mich weggekickt. Ja, haste Pain. Nein, Pain hast du übergemacht, glaub ich. Nein, hab ich nicht. Ich hab das gesehen vor den T-Fan. Hast du Pain. Hast du... Liege zum Agrofahrer. Glocke, ich dachte, es ist der Rainer. Nicht auf dem Rino. Finde ich nicht umgekehrt. Wer fliegt da rum? Oh Gott. Nein, nein, nein. Wer hat doch einen Absprung auf dem Fall? Aber... ...items, da waren jemand auf der Akademie... Das sieht man gut vorher. Ich hab ein Tipps ausgeworfen. Das hat trotzdem wieder nicht gereicht. Du musst halt rechtzeitig spielen. Marius, tut mir leid, das war echt kein Anschluss. Nee, es ging ja. Du bist ja rausgeworfen und nicht ich. Also passt schon. Ich bin nicht rausgeworfen. Ach so. Hallo. Was macht's denn mit Shiro bitte? Ich bin gerade im so schönen Mittelfeld. Hallo. Flocker. Was ist denn los hier? Oh Gott, jetzt. Das haben wir jetzt verkackert. Das haben wir jetzt verkackert. Das haben wir jetzt verkackert. Bei Pay ist alles extra. Wenn wir bei mir jetzt zurückflogen. Oh, wo hab ich genug Platz gehabt? Hör mal, Manus, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Okay, es war zu stürmisch, ich geb's zu. Ja, es war zu stürmisch, das muss echt zu sein. Alter Mann. Ich bin immer so aufgeregt wie der Essen war. Alter Mann, mochst du kein Alter nicht mehr. Er hat jetzt leider 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 nicht mehr. Mach dich da nicht so breit. Ich bin so breit. Das sagt er doch nicht mehr am ersten Date. Ich will zu links oder links überholen. Ich fahr, bitte. Er hat ja schon jetzt. Ach so, okay. Ach so, okay. Er hat ja schon. Ein Auto, oh mein Gott, dreh dich doch verdammte Scheiße, ey. Okay. Entschuldigung. Kein, kein, kein Glück, ey. Mann. Ich fahr rechts, fährst du mal? Nein. Nein. Was schlimm ist, wir hauen wir dann nach einer Rumpel. Was da passiert? Es ist die drei Runden hier. Warum? Ich hab einfach den linken Stink gedrückt. Nicht mal wegen Kurve, sondern einfach so. Nein, ich hab mit einem Fuß vorbeigefahren. Ah. What the fuck, hallo. Damit du keinen Windschirm eigentlich bekommst. Ach so, okay. Hallo. Hallo. Der Windschirm ist kaputt. Aber wir kommen nicht, gell? Oh, weil du zu lahm bist. Oh, hallo Sachse. Tschüss Sachse. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns. Du bist ja langsamer als Erster. Wie viel krieg ich, wenn ich Pell jetzt raushaue? Wer ist denn der Katz auf 20? Nee, mach ich ja nicht Pell. Mach ich ja nicht Pell. Ja, du weißt was, Nils. So merk mal was passiert ist, ja. Ah, lol. Oh, war das knapp? Ja. Oh, nein. Das war sehr knapp. Wollte hallo sagen. So durch Master. Ich krank dich nicht. Ich krank dich nicht. Das ist Bonn, um die Scheiße zu machen. Ist genau hinter der grünen Wolke. Wir müssen jetzt aufpassen, Maru. Weil gleich werden wir springen müssen. Ja, fahr vor. Ja, ok. Jump! 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 Hey, Flucke! Du bist ja ganz schön wie ein Lott der Feger hier in dein Maut. Ich wusste machen, sonst werde ich ihn weggekommen. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mach doch mal Sack, ey. Wofür passt das blöde Rumgebaggere? Wofür passt jetzt hier? Na, aber der kommt bei die Scheibe, ey. Das ist doch nicht normal. Manus, mach doch mal die Kiste ein. Die möchte auch mal. Ja, du machst ja zuerst aus. Manus, wann bist du über mir? Jetzt? Wow! Das merkst du schon jetzt. Was ist das denn jetzt? Hallo! Wir sind gedreht. Wir fingen die anderen beiden irgendwie ab. Oh, scheiße. Manus! Dann Dietze vor mir jetzt. Das wird eine knappe Nummer, ey. Oh, yeah. Nils, Achtung, komm jetzt mal hier von der Seite. Oh, shit. Und du kriegst direkt Windschatten, ist doch wohl Schatze, oder? Achtung, Dalu! Stell doch mal. Jetzt hab ich Windschatten. Nils, mach jetzt keinen Scheiß. Bei mir heißt du schon längst Windschatten. Oh, nein! Oh, Kundran, was war das denn? Das war traurig, ja. Oh, Kundran, ey. Oh, Kundran, ey. Wir gehen einfach daheim und mal. Wo bist denn jetzt drüber gesprungen? Hinten, jetzt war 6 Platz. Kundran, die möchte bitte im Kinderparadis abgeholt werden. Ja, wenn du hin und her schlingelst. Oh, da wird gewonnen. Oh, die Schlein landet einfach auf mir. Body slam. Du hast geschlingelt. Achtung, Shigo. Ich dachte, ich bring wisse Feuer in die Hütte. Hey, Maro. Hi, Maro. Nein, nein, nein. Oh, no, please. Eir, nein, nein. Doe das ITEMs, wir müssen wir noch raushauen. Okay. Oh, das war bitter. Oh me, nein. So schleck 你 haast mich. Oh, Kundran, du Arsch. Weil du die böse Katze bist. Nein. Ich bin... Ich bin... Entschuldigung, ich will nicht. Weil du mich gerannt hast. Ja! Ja! Nein! Danke, Manus! Ich glaube, es ist der Österreicher versaut. Danke! Danke, Flocke! Nein, 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 nein! Figo-Modus? Figo-Modus? Ja. Das Sound ist ein bisschen Corral. Ey, Flocke, wegen dir! Das ist der Sound of Silence. Hau Paine weg! Hau Paine raus! Ja, hau ihn weg! Einfach verkackt. Oh Mann! Hau ihn komplett von der... Hau ihn aus dem Spiel raus! Hau ihn raus! Weg mit ihm! Woran liegt das, dass sich die Hörerin nicht hochkommt? Eigentlich schuld dran ist krumm. Aber Alter, Tino, das ist nicht der Druck auf der Blase. Kann man das irgendwie ändern? Ja, zurücksetzen. Ja, so Ginko-Mobil oder so heißt das. Oh, oh, oh! Oh, nice! Eigentlich schon ist er krumm dran. Ich wollte eigentlich nach hinten gucken. Das lässt sich dich sogar vor. Hey, Juli! Hallo! Was geht? Warum hast du... Oh, jetzt hast du Peng nicht weggemacht. Hä, was? Nein! Habe ich jetzt Nils durchgelassen. Nein! Checkpoint! Verdammte Scheiße! Ja, das ist doch. Tautor, das tut mir aber auch leid, ne? Alter! Ja! Ja! Der kommt mir einfach entgegen! Ja, ich brauche einen Checkpoint bevor ich nochmal fliege! Ja mein Gott, da setzen wir sich zurück, mein Freund! Was ist denn da los? Ja, da respawn ich in der Luft! Herz underspiegel! Jawohl! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Booy, oh, oh! Oh, oh! Wo jetzt, voll jetzt gerade noch Dati auf ein Segel gekommen! Oh, ob das schneller ist, wenn man sich im Looping fallen lässt! Der ist ja schon ziemlich hoch! Renni, was war das denn jetzt? Oh! Das war ja nur auffällig as fuck! Alter! Was, as fuck? As fuck! Where bist'n du? Ich fisch überhaupt alleine. Manus0ne ist glaube ich in der Runde Eins, oder? Ich schille am Strand. Das ist mein Buch, ne. Das ist eine fiese Stelle da an der Röhre. Die ist für Leute die wissen wie man da rüberspringt. Bin ich schon vorhin genauer. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Schlimmer als Palm. Zul화를 neise. Du heißt disautus wieder was meinet. Manus, Manus, was steht denn da bei dir bei Gesamtzeit? Beste Runde 8 Minuten, guckts er an. Ich hab Manus überholt. Guck mal, Shigo, du bist noch vor mir. Ja, sein Ruf. Ich hab die letzten beiden Sessions gewonnen, von daher. Ja, aber so weiten Abstand hat keiner gesehen. Die letzten beiden Sessions gewonnen. Nee, 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 dann siehst du ja auch das Ding, die ist gut. Also, ganz ehrlich, mit diesem ganzen Fallschirm-Scheiß komm ich nicht klar, ne? Ja, ist jetzt noch nicht mehr. Ich schwöre die Karre, oder? Also, also... RE7B. RE7B. Einen ist nach links. Den hab ich nicht. Nee, nee, den bist du ernstig, den ich hab. Ich hab jetzt ein Motorrad genommen, ist das okay? Ja. Bei dir ist das in Ordnung. Oh. Wieso kann man die besser rumzuschubsen? Motorrad ist aber eigentlich besser für Croke, dann verbraucht sie auf der Strecke weniger Platz. No. So. Wie mich jedes Mal Julie böse angestarrt, ey. So fit, du bist. So fit, du bist. So fit, du bist. So fit, du bist. Okay, wie war Gastgear links, ne? Das war genau in der Anspielung auf Fett, weiß ich. Ja, ich auch. Gastgear war nicht das Ding, oder? Gast. Maru! Ja, aber ich bin ja nicht fett, ich bin flauschig. Ja gut, ja. Wir sind alle fett. Ja. Ich bin ja nicht fett. Ich bin ja nicht fett. Ich bin ja nicht fett. Nichts mehr. Du bist klein. Nee, kann ich nicht. Oh shit. Oh shit. Ich kann nicht fett. Es müssen einige eliminiert werden. Eliminieren. Eliminieren. Woho. Du fängst an. Ja. Achtung. Ah, der hat rausgekickt. So ein Hack. Au. Hacks? Ist ein bisschen im Weg, Partner. Auto Hacks? Ja, dann hör auf mir zum Schubsen. Ich hab dich nur geschubst, weil du im Weg standst. Und ich dachte, wenn du dich schubst, bist du weg. Das ist ein Orange. Wer kommt hier so close? Ich bin Orange. Cheat. Nee, es kommt close. Miroslav? Was? Miroslav? Vielleicht ich darf da, weißt du? Miroslav. Wow, 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 wow. Gerade auch einer war dann raus hier. Das war der Erste. Das war der Erste. Wow, 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 wow. Von an, mag mich irgendwie nicht. Wow, 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 wow. Ach, war das Pay? Ja, okay. Dann war das Absicht. Ich hab's bewusst, dass ich das echt mit Absicht gemacht habe. So, was hast du gesehen? Der Hass wird geschüttet. Ich sehe sowieso schon wieder die ganzen Hader-Kommentare. Die hast du so oder so? Ich hasse dich, Floki. Jetzt bin ich verkürzt. Mann, ey. Ki TIMEifs zu Aftermath. Fast, fast, fast. Fast, fast. Fast, zieh dich hier. Lass euch von der Straße. Ich kann nichts machen. Ich kann da nichts machen. Oh Gott. Das ist ein 좋아하unfall. Hey, du bist so ein bord. Er ist ein prails zum Alltagstag. Ich hab nicht fast... Tino. Oh lol. Maru, das hätte ich nichtú dir gedacht. Ich kam nicht um die Ecke. Ich wollte da ausweichen. Du bleibst da still, oder? Für dieのis. Los motif. Tut mir leid. Warte ausweichen. Dafür könnte man ihn einfach. Wieso kann man den Ratsatz nicht hören? Was darfst du? Ich kann nichts dahinten nicht hören. Tolli, warte. Alles gut, Chico. Alles gut, Chico. Ich musste wieder Nase kratzen. Ich konnte nicht lenken. Wir sollen uns das Rennen auf jeden Fall zu Ende fahren, bevor ich ihn abwende. Was? Weiß schon Bescheid. Au. Was ist das? Tinnitus. Hör doch mal auf, dein Freund immer zurecht mir. Ey, so ein Scheiß. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Paine hat Verstopfung. Keine Ahnung, ob du ne Freund hast, ist mir aber egal. Aber nicht mein Freund, weil ich... Hast du nen Freund? Paine ist mit Chico? Hast du nen Freund? Ja komm, jetzt hat schon. Lach schon. Die Aussage war eher in Chico. Paine hat Verstopfung. Paine hat Verstopfung, ja. Der Freund nicht. Wie viele sehen wir da vorne? Das hat er gesagt. Einer, der erste ist in der Cove jetzt, ne? Ja. Nee, der erste ist noch viel weiter. Nein, in der zweiten Cove. Oh nein, da kommt der Halu. Chico, bist du rechts? Nee, ich bin Grüne. Loll. Der war wieder sauschlecht. Der ist immer rechts. Also Chico ist noch eindeutig in Rot. Ja, manchmal kommt der echt flach, also... Chico war rechts? Sag mal! Der Flocke wird voll der Antiwitz. Hallo, Chico ist gelb, das weiß man doch. Ja, stimmt. Aber ich wollte nur wissen, ob sie von rechts an mich heranfährt. Also ich bin... Ich bin... Perfekt. Chico ist rechts, ganz klar. Ja. Wenn sie grün wird, ist sie da rechts. Ja. AfD Leipzig, ein eingetragenes Mitglied. Ohhohohohohohohohohohoho War Payne, dich mag auch niemand. Ich hatte ja eigentlich mit der Flocke zu tun, bevor du kamst. Mach Trust! Hab ich gar nicht. Jetzt schon! Genau, mach den Özi fertig, ey. Das war... Wow, wow! Ey, der Mann ist ein Killer, ey. Ey, was ist da für ein Sandwich grad? Was bist du hinter mir, ich glaube, oder? Items? Genau, hinter dir! Was darf ich denn nachts? Du hattest, du geschissene Katz, du! Oh, nein! Ich bin ganz ganz hinten. Ja, siehste. Wer ist 1 und 2? Kundran ist 1! Der Kundran ist 1! Der Kundran hat aggro Fall 1, ey. 2 ist Payne, oder? Maro ist 9. Nein, Kundran! Tut mir leid mir, das war ich nicht. Häng mal noch mit Farber Deines dran, ey! Komm, sammeln nicht! Drei Runde! Echt? Gut, dann krieg ich Kundran noch. Ich bin so langsam. Nein, so langsam bist du gar nicht. Das ist sehr nett von dir, Flocke. Ne, das ist sehr nett für mich. Das ist der Trinkse, das mit mir nicht rausgeräumt wird von dir. Hehehehe, ja klar! Alle hassen Katze! Alle hassen Katze! In letzter Zeit aber weniger. Oh, ich klinge auf Dach. Das war nicht gut. Eintaus ist nicht gut. Eintaus ist ungesund für Autos. Eintaus! Schnauze! Runde 2! Der Panda mag die Katze nicht. Runde 2? Oh, was ist vorne passiert? Hauptsache Kundran rastet, er ist auch so gut! Kundran hat wieder einen gefinished? Nee, 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 nee! Nee, die Kurve war zu eng! Kundran hat mir nur was Lust. Bei Tinus war die Kurve zu eng. Bei mir war die Kurve zu eng. Wenn du willst, musst du mit mir zusammenarbeiten. Ob der passt oder nicht. Das würde ich nicht machen, Manus. Das ist immer eine Falle. Eine miese Idee! Ich denke an einen Vlogger! Mit dem Teufel! Vlogger! Aber Vlogger, ohne Mist, da erzählst du mir grad was ganz Neues! Manus, du bist eine einzige Schotze, die Kurve noch haben. Deswegen, ich wollte dich einfach davor bewahrt haben. Manus, du bist ja der Neue. Ja, du bist ja der Neue. Manus, wenn du einen Vertrag unterschreibst, dann gehst du mir die Flut zum Verschreiben. Hau doch hier einfach gegenseitig raus, kommt schon! Ich will nicht, dass Kuprafen gibt. Was? Ich hab die Runde noch gar nicht gewonnen. Wir lassen Kupraen gewinnen, der sieht gut aus im Endspann. Ich hab ein Problem. Siehst du? Mit wem soll ich da arbeiten? Ach, scheiße. Alter, Nils! Na, 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 ja, 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 genau. Genau, check die Tapes. Hallo, Altebs! Derjenige von euch gerade, der die Kurve ingenommen hat, hat Mist gebracht. Der war schön. Hallo! Ich hab gehört, du hast da Erfahrung. Für zwei, äh, für zwei auf drei ist das. Ich kann sagen, Mann, war es gut um eins. Ich kann sagen, Mann, war es gut um eins. Ich kann sagen, Mann, war es gut um eins. Oh, scheiße! So wie Kapuze in Mario Kart. Alter! Der wird Auto-Move, ne? Boah, der sitzt jetzt echt an der Alu gewinnt von dran, das wird um eins. Aber man muss sagen, als erster war... Erste Strecke ein bisschen langweilig, weil du bist so unglaublich langsam. Ja. Ja, aber anscheinend nicht so langsam. Was ist denn? Ja! Oh, Nils, ey. Faust! Da hast du das Spiel drauf. Da hast du das Spiel drauf. Oh, weh! Willst Reddy wegsnacken? Oh, ich hab heute alles erreicht, ey. Ich hab heute alles erreicht. Baby ist seine Frau, dass ihr hier nicht auf die Gamescom kommt, gell? Du kannst in Rente gehen. Du kannst in Rente gehen. Du kannst in Rente gehen. Endlich hat er gesagt, dass er mich hasst. Das war heute mein erstes Ziel. Aber die Rotze läuft. War mein erstes Mal. Juli, du schaffst es noch. Ja, Juli. Juli schaffst es locker. Ja, Juli ist auch gut. Aber Flocker, hast du auch eine Emotion? Bitte? Juli! 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 Hast du es keine Emotion? Emotion, das ist ganz wichtig. Die Auto ist okay, Organ. Was? Die Auto ist kein Organ. Und die Erde ist klar, oder was? Nochmal auf Deutsch, bitte. Die Auto ist... Mir läuft grad die Rotze im Moment. Verhaut euch kein Organ. Hat er jetzt gesagt, wir laufen jetzt... Jetzt sieht gut aus. Oh mein Gott, ey. Rich bitch, ey. Oh wow. Und hängst da die Wand. Jeden Morgen zum Schimmeraufwerden. Auf'n Kratzbaum klebst du den. Auf'n Kratzbaum. Ja, guck dir, dann ist's doch immer. Zweiter, doch, zweiter bist du doch. Oh, und jetzt. Und lass ich bock der gegen dich. Hier hab ich ein neues Problem mit der Meppa rausgefunden. Deswegen mag ich die nicht mehr. Was denn? Weil du aufbocken kannst mit der Karre. Aufbocken? Ja. Wenn du schräg stehst... Oh, Modo-Räder. Sollt ihr die noch machen? Ja, wir wollen... Modo-Räder. Wir nehmen die Gargoyle. Gargoyle. 69. Nein. Schönes Teil. Wir haben schon lange nicht mehr den Fluch verwendet. Wer kriegt denn heute? Ey, wer ist denn neben mir? Ist das Flocke? Ey, blau ist auch schon Besuchung. Hab ich grün. Nein, das kann nicht sein. Neben mir steht Julie. Hallo? Hey, wer steht denn neben mir? Hey, Moment. Julie, Julie steht neben mir. Ja, und Julie guckt mich immer böse an. Julie guckt immer böse zu mir. Ah, ah, ah. Du tausest auch so DFL rüber als du das gemacht hast. Nein, ich nehm nicht. Julie mach mir Angst. Julie möcht mich töten. Ich komm dich holen. Oh Gott. So, geht's los? Ja, erstmal schön. Ich bin Dank auf der LMTA. Ist das nämlich komisch. Mein Motorrad explodiert gerade akut. Wie soll ich fahren sein? Geh weg. Nur ein Klubmann-Fahrer. Yo, dankeschön. Hey, ich hab gar nichts gemacht. Ich war der Diesel. Juli, du hast den Surf's rausgekommen. Dankeschön. Diesen langen Flug kann ich nicht, den machen wir jetzt. Ups, ich nicht. Alter, Alter, Alter. Ich hab schon wieder dieser Flutscher, ey. Du bist so ein Ruhe an Sonnen. Ruhe an Sonnen? Ruhe an Sonnen. Du bist ein Wittkirchischer Spanier. Du bist ein Wittkirchischer Spanier. Oh, Dalo, du Sack! Du bist ein Rattel. Er hat auch Platz gemacht, Dalo. Eines verpissst nicht so an, ey. Sorry, sagst du. Oh Gott, durch den Feuerring. Ding auf Feuer. Nies, ich bin dein Kumpel, wenn du in die Räder. Mach mal, Hattens. Das ist uns genug. Willst du damit sagen, wir sind sonst kein Kumpel? Doch, wir sind Kumpels, aber wir sind dann... Ganz viele Kumpels seid ihr. Wir sind dann mehr Kumpels. Oh, die Wave, die Wave. Kannst du mal die Katze bitte einfach überfahren? Oh Gott, die Wave. Wer macht denn sowas, ey. Das musst du aber direkt melden. Dann melden wir das, das wäre egal. Verdammte Scheiße. Das wäre übrigens nicht nett. Du warst so ung. Der Sack geht doch drüber. Oh Gott, die Wand hat mich gesaved, ey. Geh doch mal auf Facebook und frag, wer sich freuen würde, wenn du so eine Kumpel wäre. Auf Facebook, was soll ich da warten? Oh, ich kippe das nicht. Das ist gut. Ja, bis zur Hölle. Das war doch nicht extra, das weißt du, ne? Ja, ja, genau. Zeig mal die Mittelfinger drin. Ich hab's noch gesehen, Flocke. Ich hab's noch gesehen. Ich hab's noch gesehen. Junge. Hilfe! Ach man, ich kann auch nicht machen. Was sagt dein Motorrad da? Sie hat doch die auch gerade. Voll wagerig. Ey, nebst, du bist nicht fast. Ey, ohne Mist. Hier ist alles möglich. Warte, warte, warte. Wer macht sich da gerade einen Gorken? Ach, scheiße. Kaput sind sie hier. Gorken sind Lenker. Hallo, lass ihn doch mal. Lass ihn doch mal. Hey, du musst mir jetzt helfen mit der Katze davon, ey. Das nützt nichts. Auf jeden Fall. Die Mama fertig. Ich bin weitergekommen. Kein Ding. Ja, ich auch. Oh, das war knapp. 30 Tage. Wow. Alter, verschläge. Jetzt geht's fast. Oh, oh. Was? Jetzt nicht mehr. Die verschlägt da gerade im Hintergrund die Puppen aus der Kindheit. Warte mal kurz. Mama, kannst du mal ruhig sein? Nur wegen der Verstopfung, ey. Oh Mann. Items greift an heute. Nein! Ja, Items greift immer an. Items ist heute ja gepaart. Nein, 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 nein. Items will sich paaren. Aber Rollig hat er Kater. Items ist gepaart. Ich bin ne liebe Katze. Nein! Bist du kastriert geeint, Tams, oder bist du keine liebe Katze? Oh, die Geist ist weg. Nein! Die Steißer wieder! Lol. Ich hatte mal kurz Angst, dass er wiederkommt, ey. Ich war doch wieder da! Ey, 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 ey! Was seid ihr? Besoffen? Ja. Du nicht? Muss das so klingen wie ein Durchdrehter? Da! Ich hab ihn jetzt. Oh, da, Lua. Ich hab's genau gesehen, ey. Ich wollte ihn selber holen. Ja, Lua. Off the wave ist alles erlaubt. Echt? Ich will nicht gegen Malu. Nein, nicht der Video. Ey, Schmalu-Karte! Jetzt hör auf! Schmaden-Karte? Schmalu-Karte? Schmalu-Karte? Na ja, was denn? Chihuahua? Alter! Mach doch mal einen Zack, ey! Was geht denn ab mit dir? Hier macht der Chihuahua! Oh, Rennie ist vorne. Ich selber, ey. Zeig, der will noch einen Film. Das ist so mega, ey. Ich glaub' ich nicht, ey. So ein Pimmel! Na, warte nur ab, ey. Ich komm nochmal. Das war's. Nils wird zweiter. Zweite? Das war's. Beste Frau. Beste Frau. Beste Frau. Neu, West. Nils ist meine Weichen. Spar aufgarten. Nils! Wusste gar nicht, dass du im Kissen bist. Nils ist 3D. Ist nicht so gut. Ey, wolltest du nicht machen? Die sind VR-Porno, achso. Pain wollte noch Manus helfen, mich rauszuhauen, oder nicht? Ja, du bist ja schon hinten. Pain ist gestorben. Ey, was ist denn? Wow! Es sah gut aus. Es sah gut aus, Markus. Aber warum schlägt das Ding an der Decke? Gehen wir die Kämpchen? Boah, die Kurve ist so gefährlich, oder? Die ist so gefährlich. Wuuuh, Pain! Ey, wo bin ich denn, verdammt normal? Ach, hier. Okay. Das war der. Maru? Hattest du mich nicht eh mal rausgehauen? Nein, ich nicht. Sicher? Ja, Pain, du denkst dir auch immer gerne was aus, ne? Ja, ihr denkt euch immer gerne was aus. Das stimmt ja gar nicht. Ich meinte damals, wo du meine Schwester geschlagen hast. Was? Ey, da war deine Mutter auch mal mit dem... Echt? Pain ist wirklich... Altim schlägt arme, klette Katzenmamas. Habt ihr es gehört? Oh Gott! Das sieht gut aus wie... Juli Lins, der Genome! Achso, Darko Panda kommen! Robini Agro! Der Killer Panda! Der Killer Panda! Ich bin noch zweiter geworden, glaube ich. Ui! Fuck off, ey, ohne mich. Hey, Maru! Du bist jetzt Agro, mit I? Ey, ich wollte den Platz haben hier. Guck mal, beide, die mich ausschalten wollten, sind nach mir ins Ziel gefahren. Hast du das nicht gerecht? Huuu, Juli! Ich wollte einen Diensten hier ausschalten. Bitte hier blinken, ne? Ja, hier, Ring of Fire. Hast du mich angelogen? Ring of the Eier. Ring of the Eier. Der versucht dich jetzt nur danach wieder gut zu stellen. Ring of the Eier. Yeah! Uua! Los, Chigo! Rump, rum ins Ziel! Fünf Sekunden noch. Geschafft. Ich bin neunter, das ist so schrecklich. Schrecklich? Aber, ganz ehrlich, so ein aus deutschem Dialekt klingt auch ein bisschen. Also ich hab das Rennen gegen Nils noch gewonnen am Ende hier. Könnt ihr mal schnell abmoderieren, bitte? Ich lass die Aufnahme laufen. Musst du pullern? Joho! Ich hab das Rennen gegen Nils noch gewonnen am Ende hier. Guck dir die Zeit an Kundran. Guck dir die Zeit an Kundran. Der Kuchensalat ist da an. Oh, Kundi. Wow. Ja, Leute. Ja, noch kurz. Lass Items noch kurz freuen, ja? Okay. Items, Tanz, Kundran, Drucken. Danke, dass du dabei gewesen bist, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja, schau mal rein und lasst ein Like da. Bis dann, ciao. 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 Das ist leider nicht mehr auf der Aufnahme. I'm gonna start.